Herzlich Willkommen zu meiner persönlichen Carte Blanche. Das Thema meiner Carte Blanche sind Gangster-Filme. Und die Filme, die ich ausgesucht habe, dazu gehören jetzt nicht so Standardwerke wie Scarface oder Der Pate. Das sind natürlich Sachen, die müssten eigentlich dazugehören, Goodfellas und sowas. Das sind Filme, die sehr wichtig für mich waren. Aber ich habe versucht, Filme herauszusuchen, die nicht ganz so prominent sind, wie die eben genannten. Die aber dennoch einen persönlichen Bezug zu mir haben. Also Filme, die meine Karriere, meine Laufwahn, mein Handwerk sehr geprägt haben. Und die möchte ich gerne mit euch teilen.